Wichtiger Termin. Am 30. September ist Rentenzahltag für die Monatsrente September oder Oktober 2024. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ein wirklich wichtiger Termin ist immer der Zahltag der Rente. Es geht wie immer um die Frage, wann wird die Rente im Monat September gezahlt. Und das ist der Montag, der 30. September 2024. Und zwar wird an diesem Tag die Rente für die laufende Monatsrente September nachschüssig gezahlt. Und das ist sozusagen der Rentenzahltag für die größere Gruppe der Rentnerinnen und Rentner, die eine gesetzliche Altersrente erhalten. Und dann gibt es natürlich auch noch am 30. September 2024 den Rentenzahltag für die Monatsrente Oktober 2024. Das sind diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente noch vorschüssig gezahlt bekommen. Und zwar hängt das damit zusammen, dass diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre vorschüssige Rente bekommen, die Rente schon vor dem 1.4.2004 erstmals erhalten haben. Dann gibt es die, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Rentenkohle am 30. September 2024 für den Monat Oktober 2024 vorschüssig gezahlt. Der Montag, der 30. September 2024 ist kein gesetzlicher Feiertag. Er ist der letzte Bankarbeitstag im Monat September. Das heißt nach den gesetzlichen Regelungen des § 118 und 272a SGB VI muss das Rentengeld bis spätestens 23.59 Uhr und dann noch die entsprechenden Sekunden auf ihrer Bankverbindung gut geschrieben werden. So ist die gesetzliche Regelung. Am 30. September 2024 wird dann auch noch für diejenigen, die Bürgergeld bekommen und für diejenigen, die Wohngeldanspruch haben, diese Gelder auch überwiesen. Und zwar dann vorschüssig für den laufenden Monat Oktober 2024. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Rentenzahltag September 2024. Sie wissen, dass wir über dieses Ereignis monatlich immer einen Videodrehenden, auch entsprechenden Textbeitrag auf Rentenbescheid24.de veröffentlichen. Und deshalb können Sie dort gerne auch nochmal nachschauen, wann der Rentenzahltag im Monat September 2024 ist und mit was Sie da an diesem Tag zu rechnen haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.